Zwei Ostfriesen unterhalten sich. Pass auf, sagt der eine, ich habe hier Geld in der Hand. Wenn du errätst wie viel, gehören die 5 Euro dir. Ach, sagt der andere, wozu soll ich mir wegen lumpiger 5 Euro den Kopf zerbrechen? Betriebsausflug im Doppeldeckerbus. Die Bayern sitzen unten, die Ostfriesen oben. Unten wird fröhlich gefeiert und gelacht. Oben sitzen die Ostfriesen steif in ihren Sitzen und halten sich krampfhaft fest. Schließlich geht ein Bayer rauf und fragt, wo es ist, warum seid ihr so still? Darauf ein Ostfriese mit bleichem Gesicht. Ihr habt gut lachen, ihr habt ja einen Fahrer. Was macht man in Ostfriesland, wenn der Strom ausfällt? Man geht ins Watt und holt sich ein paar Kilo. Was ist, wenn der letzte Ostfriese stirbt? Dann sind die Polizisten wieder die dümmsten. Was halten sie von Ostfriesen? Abstand! Ein Ostfriese kommt nach Hause und erwischt seine Frau mit einem fremden Mann im Bett. Wutend brandt holt er den Revolver und beginnt ihn zu laden. Die Frau und ihr Geliebter geraten in Panik und sagen, tu es nicht, stürz uns nicht alle ins Unglück. Der Ostfriese ist fertig mit dem Laden und setzt sich die Waffe an die Schläfe. Die Frau und ihr Geliebter lachen erleichtert. Lacht nur, sagt der wütende Ostfriese, ihr seid die Nächsten. Warum haben die Ostfriesen so lange Arme? Damit sie der Kuh beim Küssen auch ans Euter fassen können. Wie ist Ostfriesland entstanden? Als die Römer in Emden die Schiffe bestiegen, um England zu erobern, ließen sie die Kranken und Idioten an Land zurück. Der Ostfriese guckt in seine Mülltonne. Darin befindet sich ein Spiegel. Er schreit, in meiner Mülltonne ist einer drinnen, und ruft die örtliche Polizei. Der Polizist kommt, macht den Deckel auf, und sagt, tatsächlich, sogar einer von uns. Zwei Kandidaten, darunter ein betagter Ostfriese, welcher nicht mehr gut hören kann, stehen sich bei der Endausscheidung in einem Quiz gegenüber. Wer die nächste Frage richtig beantwortet, hat das Quiz gewonnen, erklärt der Spielleiter. Der Ostfriese ist zuerst an der Reihe. Fragt der Spielleiter, wer hat die Dampfmaschine erfunden? Der betagte Ostfriese hat die Frage nicht richtig verstanden und fragt nach. Watt? Was? Was?